Hallo Leute, hier bin ich mal wieder. Eigentlich, da wir jetzt Sommer haben, wollen immer die meisten ihrer Freizeit immer draußen verbringen. Aber das ist in Wirklichkeit völlig unnötig. Man kann es auch drinnen schön bequem machen und vor allem wunderschöne Challenges durchführen. Wie wir es nämlich gleich machen werden. Ich habe jetzt einen Teller braune Bratenzuse vor mir liegen. Und die Herausforderung hier ist, mein Gesicht da einzutauchen. Schafft man das überhaupt? Naja, hmm. Ich werde es gleich mal probieren. Aber müssen wir erstmal mal schauen, ob das Ganze überhaupt ein Ergebnis hat. Aber wir probieren das Ganze jetzt mal. Das hat funktioniert. Sicherlich sehe ich jetzt ein bisschen interessant aus. Aber das ist nur halb zu wild das Ganze. Hm, gut schmecken tut es obendrein noch. Heute hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben. Oder sogar ein Abo. Ich muss jetzt erstmal gleich mein Gesicht schon sauber machen. Weil das sieht schon ziemlich lustig aus. Und ich freue mich dann für das nächste Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.